Halli Hallöchen und willkommen zurück zu Walni Rock ich muss doch noch mal aus dem Spieltaben hat ich sehe gerade ich habe die Desktop Audio noch so ein bisschen leiser ja so jetzt jetzt geht es aber ich hab keine Steine Johnny du weißt schon das ist eine Hausaufgabe von uns ist ja aber das da noch nicht oder? ne das da oben das ist neu das ist neu das ist neu aber Holzfundament kann ich immer noch nicht bauen aber das da das ist das was wir gebaut oder du hier gebaut habt ne ich nicht, ich kann ja nicht viel bauen gut das andere ist auch noch nicht fertig wie es aussieht ne wirklich nicht ne jetzt ist aber gesprungen äh wie war denn das jetzt? Inventar hat sich ein bisschen erhöht? ne du kannst bis 300 Kilo tragen Kapazität hat sich jetzt verringert beziehungsweise hat sich jetzt gesetzt du hattest jetzt sofort unendlich du bist nur lediglich langsam gelaufen achja jetzt kannst du ja gerade und jetzt kannst du generell nur 300 Kilo tragen genau ansonsten kann sie glaube ich gar nicht mehr laufen wahrscheinlich ne ich glaube du kannst generell nur 300 Kilo aufnehmen kein Platz in meinem Inventar, bist du doof? ja ich glaube sowas kommt dann da ich habe keine 300 Kilo, ich habe 3,25 Kilo aufnehmen die aber du bock mann warum denn ich kann aber immer nur noch ich kann immer noch nur so 100 Kilo ja ja aber bis zu 300 Kilo Steiner so übergewicht Prozent naja in den Mann und zu übergewicht posten Prozent ich so meinte das jetzt aber nicht mehr wir müssen aber gerade der die leckbare kann gerade das ist sehr geil dann nehme ich achso die schmecken, die kann ich essen so ich will nochmal gucken ob ich mal eben das Wagerzeug hier zum Leben abbauen kann meine Schnelltasten gehen nicht mehr ne das hatte ich auch zwischendurch will mal was anderes mein, kein Platz im Inventar aber man kann Platz im Inventar nicht mehr geben wir stehen doch nein ich mein hier steht jetzt kein Platz im Inventar konnte mal abbauen gekriegt wir haben wir brauchen aber kommt nur beim abhacken oder was ok mir wird jetzt nicht mehr angezeigt was ich krieg ich bei mir auch nicht jetzt wirds wieder angezeigt bei mir sagt er mal kein Platz im Inventar hey aber ich finde das nicht mal so schlimm solange ich die Sachen kriege ja aber dafür sehe ich an der Seite was ich jetzt alles kriege gerade ne das kriege ich nicht ne das kriege ich auch nicht ich weiß nicht was ich kriege ich mag hier drauf und das Ding geht nicht mal weg ja doch bei mir geht das weg aber ja doch bei mir geht das weg aber ich kann nur nochmal F für abbauen ähm ich glaube das sei neuer Baha wir haben noch ein Hotfix schon eingespielt weil manche Probleme hat mit ich weiß wenn mir was das war ich hab jetzt keine Lust mehr das Ding krieg ich nämlich nicht abgebaut da klopke ich drauf kein Platz im Inventar aber Kriegstein ich kann immer noch F wenn ich schon längst am Hacke gehen ja jetzt kannst du immer drüben ja ja jetzt kannst du immer drüben er ging jetzt weg ja der hier ging nicht weg hm bei mir zeigte man halt an geht's kein Platz im Inventar ne bei mir zeigte ich nicht mal an was ich kriege der hier ist auch nicht weg ne 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 was ich krieg das bei dem auch nicht ne der kann ich nicht abbauen ne den hier kann ich nicht abbauen der bleibt hier liegen Fehler melden Typ das welcher grafik der hier 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 steh ich warte warte was ist denn das für ein Bug jetzt ist ein Wien Netzwerk aber Gameplay das ist Gameplay oder da ist auch keiner mehr also doch warte ja den kannst du nicht abbauen ne ganz klar da ist keiner ne da ist keiner mehr ja bei mir steht der da noch ja vielleicht ist das so ein Grafik bug die Johnny schon hatte mit den Bäumen ja hatten wir aber mehrere da ja der hat sie auch nur hatte ich das halt bei unterschiedlichen Bäumen so Prozent 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 trotz dass man Prozent 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 jetzt kann ich die Sachen aber nicht mehr zwischen Prozent jetzt habe ich das abgelegt und jetzt bin ich jetzt verladen die Seite steht so ist er die produzierbar ja denn er sind die Schritte um ihn zu reproduzieren Leben oder Stein oder immer auch hier direkt mit Aufnahme Backen Report und jeder nebensteine aber auch die Bäume film also ganz ehrlich und oben die Anzeige Inventar voll so absenden ja aber in den Parken Portman kann jetzt Gold Prozent was Hauptsache man kann jetzt Gold Waffen Prozent Prozent ich glaube ich glaube bauen kannst du nicht aber du kannst deine Prozent was hat die Worte damit Prozent Prozent Hör doch mal zu erklärst doch gerade du kannst du glaub ich noch nicht bauen mit Gold und Silber kann zu finden damit verbesserst du irgendwie glaub ich die Attribute deiner Waffen wenn du da ist nicht aber hier ist auf jeden Fall bei der Werkbank Axt mit Gold Dekoration ich kann nichts mehr aus meinem Inventar rauspacken und hier breite Stahlschwert mit Gold Prozent Prozent Lager aber man will auch noch mal empfiehlt aber es gibt irgendwo jetzt dann schießt das weiß ich was wir haben vorher wohl auch schon die Gastfrau also nur neu hinzugekommen hab ich gelesen es gab wohl schon Dungeons Entwirkung ich meine diese Gold also ja diesen es sind ja im Prinzip auch bei jetzt nur ganz ehrlich also ich kenne auch noch ein ganz anderes diverses Spiel wir haben auch Minen eingeführt im Spiel konnte ich auch schon da rein die ganzen Sachen abbauen das Problem ist die Tür funktioniert nicht mehr zurück oh dann kam es nicht mehr aus der Mino raus es ist schlecht so wir haben ein Limit erreicht in über 100 ist gerade sehr schlecht mit dem Zurücklaufen vor allen Dingen na ja guck mal hier ich kann langsam laufen nicht schön wenig durch 6 die Schwarz jetzt zeigst du mir bei mir auch ein das wir haben glaube ich also bei mir hatte ich heute morgen noch ein Hotfix einen kleinen Hotfix ja aber ich hatte jetzt gerade mal 102 sonst zeig dir an kein Platz mehr das zeig dir die ganze Zeit an das habe ich auch ja aber ich konnte auch nichts mehr abbauen ja da konnte ich abbauen ging so jetzt versuche ich nochmal mein Inventar zu lernen zack der hat sogar bei mir einmal eine Anzeige gemacht ey ich kann mein Inventar wieder lernen ne kann ich nicht absolut also den ganzen Stein abgeernt und dann schon doch einmal plus 6 ok nö also Inventar kann ich hier ganz ohne Probleme lehren ne es bleibt alles bei mir drin also es wird zwar Minos angezeigt und es bleibt alles drin also mal auf und zugemacht weißt du was ist die ganze Zeit versuche dann guck mal auf dem Game Master dann schreibt das mal guck mal ob das selbst klappt hallo es ging jetzt mal auf und zu wenn aber nur mit auf und zu was hier sieht kaputt aus was sieht kaputt aus wo bist du hier unsere Sachen ich weiß nicht wieso Hältje unser Boden wenn du genau drauf guckst äh ne wir haben glaube ich ungefähr vier Holz ja weil ähm wir haben das erhöht wir haben die Hitpoints erhöht und dadurch sieht das dann äh jetzt äh defekte aus äh ich hab Holz gefällt gehabt also kannst du reparieren dann ist das auch wieder wir haben jetzt in dem letzten Update hatten sie eben halt die Hitpoints erhöht darf ich die Betten aufstellen oder nicht da aber nicht hier ich meinte hier ja nicht hier in dem neuen du musst achso hallo gleich stell dir jetzt da auf kein platz im Inventar dann wieder lehm stein lehm stein lehm stein kein platz im Inventar lehm stein aber ich kann wieder Sachen setzen aber ich kann immer noch kein Holz Fundament bauen also herstellen würden sie einfach zu doof dafür nein ist bei mir nicht mehr drin es ist genug Holz eigentlich drin für ein Holzfundament es ist aber bei mir alles Holz wenn und 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 sind ganz bei mir enthalten aber ich habe mir gerade Prozent ich habe gerade einen Bugreport gespielt oh oh das wird schon mitgekriegt hm hm deswegen warum fragst du denn dann wenn du mitgekriegt hast Koppel hm 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 den Baum habe ich schon mal schon mal gefällt und die Bündnis aber das haben auch mehrere Problem ja aber wenn ich doch mal das war doch wahrscheinlich bekannt warum ist das nicht gefixt alles gefixt gar kein Problem ey das ist ja noch nicht mal böse gemeint aber ähm das haben ja jetzt nicht nur ein zweistiger was intensiver eingreift das kann ich jetzt nicht so doch trotzdem das wie ich denn jetzt haben die das Gewicht auch erhöht von den ganzen Sachen ne 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 zu bringen allesалось was mir aufgefallen ist da das ich irgendwie so ein bisschen Animationsschwierigkeiten habe zwischendurch Man hüpft sich einfach so ganz komisch. Wie repariert man den? Ah. Ah. Und dann... Ah. Alles klar. Okay. Das ist relativ einfach zu verstehen. Das kann sogar ich. Aber warum reparier ich doch der jetzt eigentlich hier? Das ist ja eh egal, ne? Hast du hier schon alles repariert, Pio? Nee. Okay. Hier ist auf jeden Fall alles noch ganz schlimmer. Unserer neuen Bauhausung. Ach, ich glaub, die bauen sich meiner Zeit ab, oder? Wieso was? Kann das sein? Also, du bist überladen. Ja, natürlich. Oh, jetzt bin ich wirklich überladen. Was war man denn nochmal für den Drogen? Um den zu reparieren. Okay. Was? Ja. Super. Ich find nicht mal den Bogen. doch was! Ja. Huh? Ach. Ich brauch das hier rein theoretisch das hier. Ach. Stöckern. Genau. Bist du pringend. Ich hatte mir gerade mal ein paar Steine geklaut. Ich kann den Bogen nicht repräsentieren. Ich sehe den auch nicht mehr. Okay, ich werde gerade von der Wache angegriffen, weil ich was abgebaut habe. Echt? Ja. Auf der anderen Seite der Straße war ich. Das ist crazy. Super, jetzt sehe ich das Inventar von der Werkbank. Ich bin aber in meinem Inventar, ne? Weil ich will eigentlich nur den Bogen präparieren, den ich nicht mal finde. Wo bist du? Ich sehe den in Bio. Ich glaube, ich bin den Typen jetzt losgeworden. Ich brauche aber den Pandauschen. Echer Pandauschen. Also, ich bin komplett unschuldig. Ich habe da nur so einen steigen Schrappon. Du bist nie unschuldig. Auf einmal steht da so ein Typ neben mir. Ich glaube, das ist ja ein anderer Spieler. Bis er dann auf einmal nicht gehauen hat. Da bin ich doch schon sensibel. Ich bin schon ins Bibelchen. Wieso finde ich keinen Bogen mehr? Ich bin bestimmt blau Fleck. Äh, Stock, Seil. Wer wandert noch? Jo? Was denn? Äh, Bogen. Was war das nochmal? Stock, Seil und... Äh, Garn. Ja, ja, mein ich ja mit... Leder steht. Ah, ja, genau. Leder steht. Ach, okay. Gut. Muss man mal eben Lederin holen. Das ist echt... Das ist echt... Ich will mich nicht mehr ganz halt eigentlich nicht mehr reparieren. Und... Ach ja, ich komme mir nur noch mit Escape raus. Du hast keinen Platz in deinem Leben. Ne. Garn. Und Lederstreich, ne? Ja, wir auch. Ja, kann zu knicken. Na ich nicht. Gibt's bei mir nicht. Und... Dann du dich vielleicht... Was sind? Ein Helm für dich. Da sind dann einer hier reingekommen. Könnte mir mein Bogen vielleicht reparieren. Ja, wenn du den rüber schmeißt oder fallenst. Ich lasse doch die ganzen Sachen dazu fallen. Ja, ich... Ich... Greif dir mal zwischen meine Beine und der Kornachter. Lass auf die Zutaten dafür fallen. Das ist doch nicht mehr wahr. Es gibt bei mir das Rezept nicht. Ich... 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 So, warte Faye. Ja, ich muss mal eben ein paar Sachen mal bei einer Kiste platten. Dein Bogen ist fertig. War da... War da Leder hier raus? Der zählt bei mir nicht. Also die Rüstung. War da Leder hier raus, Faye? Ja, ja. Dann füge ich das erst wieder rein. Garn auch. Ja, das Garn war meins. Aber ist egal. Oh. So, komm her. Nicht, komm her. Also bei mir gibt es das Gertriff. Möchtlich bei der Fallen lassen. Aber mir geht es aber auch nicht. Dankeschön. Fälle beinahe, äh, zerstören gedrückt. Äh, Helm. 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 Sagts komisch. Äh. Sag. Kann den... Ah, doch jetzt. Ah, ah. Manchmal braucht er ein bisschen. Ich hab jetzt gerade dreimal nach dem Helm gegrabbelt. Der brauchte... Oh, der ist sogar Einrüstungspunkt besser als meiner. Ah, ich hab die Becken aufgestellt von dem Fall. Alles gut. Sind drei steckt. Aber passiert mir denn, denn wenn man da drauf klickt? Interaktion musst du machen. Und dann hast du da so als Speicherpunkte, oder? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas, aber... Press to Interaktion. Hier kannst du einen Spawnpunkt setzen. Ja, kann ich aber nicht. Ich kanns nur abbauen. Mach schön das. Achso. Ja, ich kanns auch nicht mehr zumachen. Das ist das geil an der ganzen Geschichte. Das geht, geht immer. Press F to Interact. Dann kann man vielleicht noch gar keine Spawnpunkte setzen. Na egal. Tipp ich jetzt einfach mal. Ja, aber warum kannst du das da rein? Damit dann... Hier kannst du einen Spawnpunkt setzen. Ja, äh... Geht aber nicht. Hier könntest du, wenn es fertig wäre, einen Spawnpunkt setzen. Klingt besser, stimmt. Naja... Wenn mal auf hier alle zu bauen, äh... Äh, ne, die, ähm, die Bauten, glaub ich, ähm, die nehmen, äh, also die, die Strukturen, äh, bauen sich automatisch nach einer Zeit ab. Achso, ja. Wenn, wenn ich nicht richtig verstanden hatte. Ich hatte heute einmal ganz kurz im Forum da gelesen. Und wenn ich nicht richtig verstanden habe, bauen sich wohl, äh, äh, ja, die Strukturen. Ja, genau. Genau. Und dann muss er reparieren, genau. Weil die einfach noch die alten Sachen. Weil die einfach noch die alten Sachen. Was übrigens dann, äh, auch wieder, ähm, eigentlich misslegal wäre für die ganzen, ähm, äh, Bauten, die hier eh generell, äh, äh, existieren. Weil... Okay. Weil die... Sind ja dann irgendwann... Was brauch ich denn noch? Weil die zerstören sich ja dann irgendwann selber, wenn die Leute nicht mehr spielen. Oh, das Haus hier ist aber auch nochmal groß geworden. Wann haben die das Ding gebaut? Ähm, Bio, weißt du noch, was, was war das nochmal, äh, für, für die Eisenachst? Also, stadtfazierte Axt. Wie weißt du nochmal, was ich brauch denn? Leder, Riemen, ne? Ja, Leder, Riemen und Stahl, glaub ich. Ach, Stahl, deswegen. Ich hab versehentlich die Eisenbahnen genommen. Ja, jetzt, danke, klappt jetzt auch. Wenn man dann die richtigen Sachen hat, dann klappt das sogar. Ne, ich konnte es trotzdem nicht. Ich hatte alles schlichtig drin. Ich wollte jetzt mal hier. Ich muss ein bisschen herzlichen. Ich kann Hage Bucke, gute Reparieren. Äh, der Kano Repel. Einfach nur standardmäßig. So, zack. Ich sammle mal ein paar Riemen. Das braucht man ja für die Heilung. Da hab ich nur 61 Leben. Ich raff es nicht mehr. Vielleicht irgendwann gegessen? Oder gibts gleich vergessen zu trinken? Nein. Nein, ich bin ja schon dabei. Also ich hatte schon getrunken. Ach so. So. Kein Platz im Inventar. Kein Platz im Inventar. Yes. Läuft. Ich glaube, ich lock mich gleich nachher. Wenn wir mal eben gleich eine Aufnahmepause machen. Äh. Wird schon? Ja. Äh. 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 Das wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Ich hab aber Äste dabei, wenn er mit uns spricht. Äh. Er hat auch jemand angefangen zu bauen. Äh. 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 Welches Haus ist groß geworden? Huch. Welches Haus war groß geworden? Äh. Auf der anderen Seite, da wo das andere Steinhaus stand. Hinter unserem neuen. Ach so. Äh. Äh. Ne. Das ist jetzt so ein Turm oder sowas. Das ist ein Turm. So, dahinten. Ach so weiterbrief. Hm. 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 Oh ja, die haben hier so eine Art Hochhaus gebaut. Ja, ja, irgendwie sowas. Hm. Vielleicht sollten die sowas in meinen Stetten, in den Stetten bauen. Ultimo. Spieler Ultimo. Oder Clan Ultimo. Orna Ultimo. Drücke zum Interagieren. Du hast nicht genügend Rechte dafür. Das ist doch schade. Das bereue ich auch noch die AfD dafür. Oh. Warte. Die haben Recht. Das darf jetzt nicht militarisiert werden. Das war politisch. Ja. Ah, jetzt kann ich meinen Pfeil. Nachdem ich den 20 mal da rausgenommen hab, kann ich jetzt meinen Pfeil benutzen. Klopp. Ja, dicke Schweinchen. Schweini, 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 Schweini. Oh. Äh. Schweinige wieder weg. Ey. Die greifen wir jetzt an. haben die vorher auch aber nicht wenn ich ihn mit einem Pfeil abgeschossen hab ich hab die nie angegriffen echt das Glück mich haben die wohl angegriffen ich hab ein bisschen Aua das ist das Schwein das ist das so gut gefolgt wo ich habe aber das ganze Eisen ich habe müssen gerade ein ich habe also eingeschmolken ich meine hier draußen ich habe gerade einiges abgebaut die gehören einfach dazu aber man heilt jetzt irgendwie schneller ich war jetzt gerade durch den Angriff trotzdem irgendwie mehr geheilt ich holt mal ab was ich cool finde ah ich hab hier ein bisschen Leben was ich cool finde ist dass du wenn du den Bogen nimmst dass du so ein bisschen so eine Schleichanimation hast so ein bisschen gebückter läufst das finde ich relativ eigentlich nice gemacht da hast du auch nett gemacht oder das war vorher schon ja ja das war vorher schon genau das fällt mir jetzt oben mein Bein ist eingeschlafen mein Fuß ist eingeschlafen das ist eklig wie er gehört nicht zu mir eigentlich gar kein Problem mehr für mich was denn und wollte es gar kein Problem mehr für mich echt so so overpowered oder was nein also du brauchst halt ein gutes Timing mit dem Schild das ist voll OP eh also es geht wie gesagt du brauchst halt ein Schild ein bisschen gutes Timing übrigens ich glaub The Forest wirst du demnächst nicht mehr wiedererkennen die haben glaub ich wieder die Mutanten und so weiter geändert oh cool dann wird das ja wieder Zeit nicht spielen ja die haben die haben so viel auch Sounds wieder mal verbessert und so das wollte ich eigentlich auch mal jetzt im Verlauf an ja ich das vielleicht auch mal wieder anzupesten ja ich wollte auch schon wieder so äh Staffel 3 3 ist hängt ja auch schon ein bisschen lange 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 ich glaub letztes Jahr oder? wann haben wir denn zuletzt aufgenommen? Tio weißt du einer? mit dir zusammen sogar noch das ist schon lange her ja ne das ist länger her ja ja noch 4 Cone in einem Cone ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr ja das hat vorhin schon ein bisschen gedauert ja das hat vorhin schon ein bisschen gedauert ja also das war was war denn vorher noch? nein nein das meine ich jetzt nicht ich meinte jetzt in der Zeit das war ja noch 4 Cone alles weit vor Cruz weil guck mal überlegt mal der mal die Server gewählt dann ja auch schon seit ein paar Tagen ja also übrigens und Multiplayer mit dass auch heiraten mujer wörtchen sich alle so freuen doch das Thema treferberichtet видел ganz die a b Gemeinde so richtig damit RB tr Druck lächer die cross die südder Ja, echt. Ich meine, im Singleplayer gab es die ja schon. Ja, ja. Gab es die nicht im Multiplayer auch? Nein. Nee, die, äh, da war wohl, entweder war da, ich glaube, da war ein Bug in die ganze Zeit nie, nie, ähm, so kann ich den Hasen denn jetzt hier nicht, guck mal, ich will diesen Hasen hier aufsammeln, der bleibt einfach nur liegen. Also der, der war auch mal im Multiplayer drin, aber da waren wohl irgendwelche Bugs es gab in dem und deswegen haben sie den dann halt wieder draus genommen. Auf jeden Fall sei jetzt wieder da, seit dem letzten Update. Von so vor ist. Ich glaube, heute machen kann sogar noch mal ein Hotfix. Ja. Das war aber keiner von uns, der hier den Baum gefällt. Ich habe keinen Baum gefällt gerade, ne? Ich kann nicht im Zeitpunkt Meister machen. Also, der wird nicht voll. Nödo, nödo, nödo. Ah, Alter, nimm die so ein bisschen ausgegrenzt. Nimm die weg! So, jetzt schon. So. Ja, da, ähm, man braucht nicht mehr. Ach so, ich brauche Steine dafür, und licht Steine weg oder was? Steine und ein bisschen Holz brauche ich dafür. Das ist nicht die Geld. Meine Spitzhacke mal reparieren. Reparieren. Brauche ich Steine dafür, oder? Was brauche ich denn noch? Brauche ich ein Seil dafür auch? Hä? Steinspitzhacke. Kann ich mal nachgucken. Ich sehe die Steinspitzhacke gerade, ich sehe nur Eisenspitzhacke. Ach so, wahrscheinlich, weil die immer... ...mit die hier... Ne, aber... Äh, ich komm mal eben nicht. Jetzt ist er repariert. Willst du mich veralbern, oder wat? Gerade sagt er ganz, ich hätte nicht genug Ressourcen. Und jetzt ist er auf einmal durch Zauberhand repariert. Ist es nicht schön? Ach, mein Inventar ist wieder voll. Wie toll. So. Das ist schön. Ah, und jetzt hat endlich wieder alles Gewicht. Also... Was heißt alles? Ja, und die Sachen, die vorher jetzt Steingewicht hatten, so zum Beispiel wie Fleisch, das konntest ihr eigentlich... Ah, ja, sehe ich auch gerade. Ja, Steinfaller haben jetzt auch Gewicht. Alles klar. Sehe ich gerade mal so. Schlecht zu wissen. Äh, gut zu wissen. Ja. Schade, war ein Vorteil. War echt ein Vorteil, fand ich. Hallo, was? Warum impolieren die mich alle? Also irgendwie... Was denn? Ich bin auch hier. Nein. Hörig. Also ich grüße die Spieler und die laufen einfach alle mit dabei. Dafür muss ich schreiben. Chat oder so. Nein, du stehst vor dem auf dem Maut und die laufen einfach alle vorbei. Schreib da einfach. Nein, demonstrant die so. Ist mir egal. Mann, wie schuld. Ich bin nichts mit dir zu tun. Ah, jetzt weiß ich, warum der einfach mir vorbeigelaufen ist. Warum? Hier laufen drei Wachen und war zurück. Ach so. Wahrscheinlich wird er angegriffen. Ah, und dieser Priester, dieser Jilandi.